Hallo Freunde und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play bei South Park, der Stab der Wahrheit. Wir machen nämlich direkt dort weiter, wo wir zuletzt hier stehen geblieben sind und zwar, wir sind auf Suche nach dem Barden. Und falls ihr fragt, wer der Barde ist, der Barde ist Jimmy, den kennt man ja schon bereits aus den South Park Folgen. Doch leider sind die Elfen hier und wir müssen anscheinend erstmal Cartman helfen, weil er schreit ja um Hilfe. So, keine Sorge, kann man nicht kommen? Na wartet. So, das gleiche Spiel kennen wir ja schon bereits. So, nimm dies und nimm das und friss das. Sein Schild ist schon mal weg, gut. Ähm, ich würde sagen, haben wir den Stürmer? Hm, nee, lieber doch nicht. Hm, ein bisschen schwierig, ich würde sagen, wir nehmen den hier. Vom Wegen, ich küsse deinen Arsch. Oh Gott, oh Gott, ich bin fast tot, das gibt's doch nicht. So, schnell was essen hier. Oh, das sieht schon mal gut aus. Ähm, was ist das? Magie, warum können wir immer noch keine Magie benutzen? So, ähm. Wir machen das immer noch, richtig? Hier. Friss Schneeball. Ah, motherfucker! So, ich würde sagen, heilende Hände. Und friss mein Hammer. Oh Gott! Nein! Oh, verdammt! Ich war zu schnell. Okay. So, einen Moment mal, einen Moment mal. Etwas trinken. Und wieder ein Schneeball auf ihm. Nein, scheiße, ich wusste es. Verdammt, ich wusste es, dass es passiert. Okay, wir haben hier immer noch den Taco. So, wo ist der Taco? Kehre zurück. Okay, ähm. Ja, das war ein bisschen schwierig. Okay. So, ähm. Ein Moment. Erstmal was kleines essen. Dann benutze ich Magie. Nee, ähm. Fähigkeiten habe ich. Und ich würde sagen, Atem des Drachens. Und wir nehmen den da. Frissfeuer! Okay, hat nicht viel gebracht, aber der brennt schon mal. Und der kommt jetzt weg. So, verpiss dich! Genauso. Das gibt's doch nicht. Ach, Butters, komm, ich brauche dich. Kehre zu mir zurück, Butters. Okay. Den machen wir jetzt Platz. Jawohl. So, ich würde sagen, haben wir eine Gerechtigkeit. Jawohl. So sehen Sie aus, tralalalala. Ja, im Moment, Butters. Ich bin nicht tot, du kannst mich noch nicht verraten. Dein Wohl ist der Kommand, mein Herr. Ja, Herr. Ja, da war ein Freund. Seine Macht waren zu stark. Der Bart, er ist in einer der Rümmen. Sie haben Prinzessin Kini. Sie haben sie nach oben genommen. Ich bin sicher, dass sie sie verraten. Nicht lassen sie die Prinzessin Kini. Nee. Oh Gott, nein. Shit, die wollen sie verkwaltigen. Okay, los, los. Schnell, schnell, alle schnell looten. So, komm, ich will das aufmachen. So, was war ich hier noch? Ah, okay. Okay, was ist das für ein Elf? Der trägt ja so eine Maske. Eine Atemmaske. So, Moment, hier ist Tweak. Ja, ich bin gerade dabei. Okay. Und Feuer. Ja, genau so. So, looten. Ja, Moment mal. Was ist mit denen? Ich denke, wir müssen die jetzt sowieso gleich angreifen, weil was anderes sehe ich hier nix. Okay, gibt's hier irgendwas, wo wir die direkt ausschalten können? Ach, hier, halt, hier oben. Genau so. Perfekt. Dann ist wenigstens der Magier weg. Was ist mit der Lampe? Geht das nicht? Nee, okay. Na gut, dann müssen wir die angreifen. Ah. Von wegen, ich sterbe. Du sollst sterben. Okay, den müssen wir auf jeden Fall wegkicken. Ach, du Scheiß, machen wir sehr wenig, wenig Schaden. Shit, falsche Tasse gedrückt. Oh Gott, ich hasse das. Ach, du Scheiße. Oh Gott, Butters, ich brauche dich. Komm zu mir zurück. So, einen Moment mal. Butters, du musst hier wieder was essen. Ich wünsch dir, wir hätten Jesus wieder. Alter. So, Heiltrank. So, ich muss jetzt was essen. Den muss ich als erstes wegkicken. Frist mein Hammer. So, ich würde sagen, frisst... Das, du Stück Scheiße. Oh, shit. Das sieht nicht gut aus. Heilige Berührung. Okay. Okay, ähm... Ja. Einen Moment, halt, Butters. Du nimmst doch noch was. Nimm das. Der Schneeball macht aber wirklich sehr guten Schaden. Ah! Streich trip ihn, Shin. Ah, ah, ah. Ah! Okay, ich mach mir Sorgen um Butters. So, ähm... Am besten, ich heile mich wieder. Damit ich voll bin, weil er wird wahrscheinlich so einen starken Angriff machen. Gut. Der muss immer noch hier weg. So, verzieh dich einfach, Kumpel. Oh Gott, Butters, komm, iss was. Ich will dich nicht verlieren, Kumpel. Gleich ist einer hier weg. Oh Gott, jetzt kommt er. Oh, warum ich? Als ob. Okay. Geh... Moment, geht das überhaupt? Nee, nee, nee. Okay, Taco, komm. Taco, ich brauche dich. Oh Gott, ich hab noch vier Tacos. Der eine ist schon mal weg. Prima. Ähm, ich weiß nicht. Nee. So, lieber den Schneeball. Alter. Alter, das können jetzt etwas lange dauern. Fähigkeiten. Fähigkeiten. Atem des Drachens. Der brennt jetzt wenigstens. Oh Gott, das kann was werden. Oh Gott. Ich will nicht meine ganzen Tacos verbrauchen, aber ich hab keine andere Wahl. Ich will nicht verlieren. Gleich haben wir ihn. Ich will nicht verlieren. Ich will nicht verlieren. Ich will nicht verlieren. Komm, nimm. Nee. Wir machen das noch nicht. Oh Gott. Ähm. Aha, Wasserbelong. Haben wir auch noch nicht mal ausprobiert. So, komm, mach ihn fertig, Butter. Rächt an ihn. Kommt, am besten erst mit Buds Heil. So, Schneeball. Das hat wirklich nichts gebracht. Jawoll. Endlich. Oh Gott. Waldelfenrüstung. Okay. Aber Leute, war das was für ein Kampf, ey. So. Das hat uns sehr viel Nahrung gekostet. Ich muss mir später wieder Nahrung holen. Oh Gott, Kenny. Jimmy's Garagenschlüssel. Er kriegt einen Präziger. Er kriegt einen Präziger. So, was war's? Frieden ist das. Oh. Okay. Äh. Ja. Oh Gott, Leute. Oh Gott, Leute. Oh Gott, das wollte ich jetzt nicht. Ähm. Spiel speichern. Oder nee. Abbrechen. Oh Gott, Leute. Ich häng fest. Ich kann nix machen. Oh Gott. Okay. Ähm. Ja, was mache ich jetzt? Spiel speichern. Okay, und dann würde ich sagen, Hauptmenü und wieder von vorne. Ich war, glaube ich, etwas zu schnell. Ja, das ist perfekt. Warte mal, hör'n. Die sind jetzt riefen. Sie riefen den Präzigen. Er schiebt einen Präziger. So. Das muss runter. Das muss runter. Und das muss jetzt klappen. Ja. Jetzt klappt's. Hä? Warum geht das jetzt nicht? Ah. Okay. Attacke. Level 5. Fähigkeit freigeschaltet. Kehre zur Cartman zurück. Okay. Prinzessin Kenny haben wir auf jeden Fall gerettet. Das ist sehr schön. Prinzessin Kenny. Wie schlimm sie dich riefen? Ich kann nicht durchlaufen. Die Tür ist entzündet, also ich kann nicht die Knochen. Du kannst nicht die Knochen halten. Das ist schrecklich. Ja, ich kann. Ich habe den Stich der Wahrheit, das bedeutet, dass ich das Universum kontrolliere. Und ich sage, dass die Knochen halten ist okay. Ah. Kann er das tun? Er hat den Stich der Wahrheit. Er kann, was er will. Dammit! Okay. Das Dachboden. So, aber Moment mal. Ich habe jetzt bestimmt eure Fähigkeiten. Ähm. Ich kenne einen Moment. Nee. Das kann ich nicht machen. Dann machen wir das mal. Schlafsäune. Das hatten wir noch gar nicht mal benutzt. So, Prinzessin Kenny. Was für ein Vollidiot. Gut. Wie machen wir das denn jetzt? Hier ist eine Fledermaus. Okay. Ähm. Oder wo muss ich den Drachenschrei machen? Ich muss das anders machen. Geht das nicht? Ich muss auch hier durch. Aber ich muss das erst abfeuern. Okay. Ah. Oh Gott. Als ob wir gegen Ratten kämpfen müssen. Verdammte Ratten. So. Weißt du was? Oh. Oh. Blitzkraft. Na, das will ich mal austesten. Okay. 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 Ich muss das noch ein bisschen lernen. Fähigkeiten. Königlicher Kuss. Pältige Freunde. Ähm. Nein. Danke. Kenis Bogen. Will ich erstmal nehmen. Liebespfeil. Verfluchte Ratten. Ähm. Warum ich? Nee, haben wir etwas kleines. Schneeballattacke. Okay. Die eine Ratte ist schon mal tot. Mann, verflucht die Ratte, ey. Jawoll. Okay. Als ob die Ratten hier Geld haben. So, Moment mal. So, der Zauberer ist schon mal weg. Uh-oh. Waldelfen-Handschuhe. Okay. Hört sich nicht schlecht an. Inventar. Handschuhe. Waldelfen-Handschuhe. Waldelfen-Rüstung. Ah, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ist sogar auch Level 4. Ähm. Bereite mal die Sachen an. Nein, 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 nein. Uh-oh. Oh, jetzt hat er Angst. Alter, was ist das für eine Ratte, Leute? Was ist das für eine Ratte? Achso, das war eine Pokémon-Ratte. Okay. Können wir ihn schlagen? Tee. Okay. So, wo muss ich jetzt aber hin? Da leuchtet irgendwas. Ah, ein Eingang. Hm. Du hast nichts zu gehen, Bards. Gib mir die Stik der Wahrheit. Geh es von mir, wenn du kannst, Wizard King. Geh es jetzt vor, und erfülle deine... Und erfülle deine... Deh, deh, deh. Geh es jetzt vor, und erfülle deine... Deh, deh, deh. Du bist kein Witz für ein Grand Wizard. Die Stik belongs mit uns. Und ich werde mit allen Barnden-Handschuhen in meiner Klasse um ihn von dir. Gut, willst du es runter, Brach? Kick his ass, Douchebag. Wer ist Douchebag? Das ist Sir Douchebag zu dir. Und er wird dir ein paar Männern, Bards. Dann muss ich ihn runterziehen. So, frühe Schneeball. Okay, das kann etwas dauern. Eine Zauberruhe? Nee. Wenn wir tauschen, erst mal. Nicht schlafen, nicht schlafen. So, Heiltrank erst mal für Butters. Boah, wie das aussieht, ja. Die arme Ratte. Und die nächste Ratte ist tot. Na komm, Bad, das ist mal Feines. Okay, wir machen jetzt wirklich nicht so viel Schaden. Hier, ähm, Fähigkeiten. Haben mit der Stürme. Na ja, das kann jetzt ein bisschen dauern. Ah. Nicht schlafen. Oh Gott, Bad, das bitte steh wieder auf. Ich brauche dich, Kumpel. Ich brauche dich, Kumpel. Fähigkeiten. Ähm. Blitzkraft. Wie war das denn? Drücke X, wenn sich die Drähte berühren. Okay. Ah, okay. Hat aber nichts so viel gebracht. Atem des Drachens. Atem des Drachens. So, Beeilung, Beeilung. Ah. Ah, das wird ein bisschen langweilig hier, aber gleich haben wir ihn. Der braune Ton. Och, nö. Nicht der braune Ton. Scheiße. Wow, was ein riesiger Target. Set ihn up und knack ihn down. Oh Gott. So. Groß. Na, schnell Kekse futtern. So, frisch Schneeball. Okay, ähm, lass uns mal mit Kenny tauschen. Ah, ich muss hier raus. Oh, mein Kekse ist hier. Okay, noch einmal Schneeball. Ah. Hass ich diesen Kerl. Okay, äh, verzaubern. Das will ich mal ausprobieren. So, obwohl, Fähigkeiten. Ähm, peltige Freunde, königlicher Kuss. Kenny knutscht deinen Feind ab, um sie völlig aus der Bahn zu werfen. Das Ziel ist angewidert. Ähm, Kenny verzaubert die, äh, Kreaturen der Natur mit ihren Schönheit um. Äh, senden sie gegen deine Feinde. Okay, das hört sich gut an. Oh Gott, oh Gott, viele Ratten, viele Ratten. Ach, du, scheiße. Ah, aber Jimmy ist auch tot. Oh Gott, wir haben Kenny getötet, wir Schweine. Der Stab ist ours! Yay! Yay! Wir haben den Stab der Wahrheit zurückerobert. Prima. Und wir haben den Baden besiegt. Eine Waldelfenmütze. Okay. Äh, warte, hierbleiben. Ja, gut. Ähm, was haben wir hier? Ähm, ja, ich würde sagen, zurück zum Castel Cooper. Okay, Mom, thanks for pointing out bedtime for everyone. It's a school night, hon. You and your little druid friends need to... We're not druids, Mom! We're fucking warriors and wizards! Oh, that's it. You're going to bed. The rest of you better get home too. Okay, Quest erfüllt und es ist nachts. Aber Leute, das Ganze machen wir erst. Leider in der nächsten Folge, denn ich sehe gerade auf die Zeit und es wird etwas zu viel für heute. Ich weiß, die Folge war etwas... Naja, wir waren wieder mit dem Baden beschäftigt, aber wenigstens haben wir jetzt den Baden besiegt und können jetzt friedlich wieder ein paar Nebenquests machen, hoffe ich. Oder ich weiß nicht, was die nächste Hauptquest ist, aber ich habe das Gefühl, wir machen in der nächsten Folge ein paar Nebenquests und schauen mal, wie es dann auch weitergeht. Ja, unser Hauptziel ist es, wir sollen zurück nach Hause kehren, aber nee, nee, das machen wir jetzt nicht. Zwar jetzt nicht jetzt. Also Leute, wenn die Folge euch gefallen hat, dann lasst doch ruhig eine Bewertung da. Und ich würde jetzt nur sagen, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr wieder mit dabei wart und wir sehen uns das Ganze erst in der nächsten Folge hier bei South Park, der Stab der Wahrheit. Tschüss!